Hallo, ich bin's, die Jennifer. Wir sind jetzt hier in Brasilien. Man, schränk doch mal um, einfach. Wie schön das hier schon ist. Mano, hallo, ich bin der Udo, ich bin in Brasilien mit dem Joe. Porto Alegre, Titten, Joe, dreh um, da, Titten, Titten. Hey, wir sind jetzt hier in Porto Alegre. Oder wurde es schon gesagt? Ich weiß es ja nicht. Wir sind jetzt jedenfalls da, da spielen wir drin. Das soll sehr groß sein, wir waren noch gar nicht da. Also, ich muss sagen, das ist einer unserer vollsten Konzerte. Die haben alle Bars oben aufgemacht, alle Ränge aufgemacht, alle Bars oben aufgezogen. Das muss jetzt aber auch nicht übertreiben, so viel ist ja auch nicht so. Hey, da sind jetzt mindestens 1000 Leute schon vor der Tür. Hey, da weiß ich gar nicht mehr, wo. Vor der Tür? Vor der Tür warst du doch gar nicht. Das ist doch nichts, was hier drin ist. Hab ich schon gewartet, ne? Schleswig? Ja, das auch nicht. Till H publbuch Seben. 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 Et leider. Gerade die 동el improve. Hohe und rausch update. greg may ich aus, aber... Aufsehen... Nah, das hier drin Jono haha Sao Paulo! Hier, das kommt gar nicht so rüber auf Kamera, wie das eigentlich wirklich hier ist. Total schöne Skyline und es ist ja nur eine von 100, weil Sao Paulo ja ein bisschen größer ist. 20 Millionen Einwohner, wollte ich nur mal gesagt haben. Ganz schön krass. Hat sich eben rasiert, sieht man, oder? Guck mal her. Ich habe das hier wegrasiert. Hier ist alles weg. Was ist das für ein Quatsch? Aber das ist lecker. Kokos. Saft. Dann kommt doch. Kommt rüber in die und hier zwei und hier zwei. Wir verrät hier du und du und du und du. Komm her! Wir sind gerade in dem Chinatown von Sao Paulo. Das ist nämlich der zweite Tag. Wir sind in Sao Paulo. Hier. Da sind auch die Mädels. Ja, die wünschen mir jetzt ganz tolle Sushi. So, jetzt haben wir schon unseren zweiten Tag jetzt zu Ende gebracht und gestern war auch so voll wie vorgestern und vorgestern war es mega voll, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt fliegen wir gleich wohin? Nach Rio. Nach Rio. Samba! Samba! Di sonero! Wir sind gerade in Rio gelandet und sind jetzt hier am Venue, wo wir heute spielen. Malmen und Gebäude zum Beispiel. Himmel. Ganz schön geil hier. Hallo. Der Bäcker hat ja nämlich gestern ein bisschen zu sehr am Absinth genascht. Es ist immer das Gleiche. Ja? Iya,... Ja nie. Ja! Ja! Musik Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rio! A LA PLAGE! Très malnit du flash pro secco brin Je veux voir un flash pro secco Achso. The flowers. I like the devil's ears. I like the mountains. Was? Was? Heute ist ein ganz besonderer Tag. Allerdings nur für Baku. Denn er ist heute Baron. Er hat heute seinen Baron-Tag. Dann hat der Baku sich gewünscht. Das habe ich mir so gewünscht und ich hoffe, ich bekomme es auch. Der Baron. Es gibt nur einen Baron, deswegen brauchst du auch keinen Namen. Im Übrigen sind wir auch in Salvador. Wir sind übrigens auch im Flieger gerade und steigen gleich aus. Cool, was? Man könnte jetzt denken, ich stehe vor einem Toy Werden-Plakat. Ist aber nicht so. Das ist die Wahrheit. Wir spielen heute unser letztes Konzert hier in Brasilien und das Wetter ist heute gut. Das erste Mal, diesen Trip. Und das hier, ist der Blick von uns über den Balkon. Geh mir an Arsch, ist nicht geil. Dennis Meer. Heim. Unglaublich, oder? Unglaublich. Und dann sehen wir uns nachher hoffentlich an, wo irgendwo Wasser ist. Ich hab nämlich... runter! Hier ist schon eine Kette geschenkt von dem netten Jungmann. Obrigado! Finde ich dir das nicht auch ein bisschen so real? Wir schon! Die Höhe wird schwer. Die Höhe wird schwer. Schenkt Szenachmaat! Die Höhe wird schwer. Die Höhe wird schwer. Wil chant sanft. Die Höhe wird schwer. So, die Chefin ist weg, das Management auch und wir Trottel sind jetzt auf uns alleine gestellt und haben Sturmfreude in Rio. Wir Trottel! Scheiße, lass uns doch lieber mal irgendwie was aufheben, wenn das auch lustig ist und nicht so gezwungen Scheiße die ganze Zeit. Soll ich denn jetzt hier auf einmal lustig sein oder was? Wie stellst du dir das denn vor? Wie stellst du dir jetzt vor, dass du jetzt auf einmal kommst du hier mit deiner Scheiß-Kamera an und ich soll jetzt auf einmal lustig sein oder was? Ja, das war's. Wir sind jetzt wieder in Deutschland. Ja, es ist scheiße hier. Voll langweilig. Es ist total kalt. Guck mal da, keine einzige Palme liegt hier. Boom, nur heiß. Bekalka! Bekalka! Immer hab이 nicht el assunto. 네! Das war's für heute.